Und ich versuche erst mal ohne Tag hinaus zu kommen, das wird mir aber zum Verhängnis werden. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von WWE Champion. Jetzt weiß ich auch, warum die Aufnahmen nicht mehr ging beim letzten Mal. Mal sehen, wie ich das gelöst habe, wahrscheinlich mit der Streamaufnahme oder was auch immer. Ich habe aus Versehen auf die neue Festplatte gespeichert, anstatt auf meine Aufnahmefestplatte. Und die neue Festplatte ist nur eine SSD und da passt normal nicht viel drauf. Gut, wir wollten uns jetzt mal den Online-Modus angucken. Was mich etwas erschreckt hat, ist, nee, gesehen zu haben, dass man jetzt bei den Fäden, das ist nämlich dieser Online-Modus, bei den Preisen, Ruhmpreise, T-Shirts bekommt. Ich weiß nicht ganz, was das ist, ob das Details sind oder was nicht. Die gab es nämlich bis vor ein paar Tagen nicht. Denn überall, wo jetzt hier das T-Shirt war, gab es hier statt einer Silberbox eine Goldbox. Und die Goldboxen sind eigentlich voll super. Weil man bekommt halt garantierten Premium-Superstar, beziehungsweise einen Gold-Superstar. So, naja, werden wir mal sehen, was das ist. Ich bin sehr gespannt. Wir spielen auf jeden Fall den Online-Modus jetzt einfach mal, damit ich euch den gezeigt habe. Ich muss ihn sowieso spielen, damit ich wieder Cash bekomme. Und, ja, wie sagt man, hier Medipacks, die wir jetzt auch ein bisschen bekommen haben, was sehr nice ist. Wir legen jetzt nämlich einfach mal unser Offense-Team ein, unser Offensiv-Team. So, und zwar nehmen wir unseren ersten Superstar. Das wäre natürlich, okay, Sina ist immer noch verletzt. Okay, wir setzen auf Roman Reigns weiterhin und dann natürlich auf Rock. Hallen einfach mal beide, weil wir haben mit ja, ne? Wir haben mit ja. Und dann suchen wir, dann wird es auch teurer gemacht worden. Früher waren 50 Coins, jetzt sind es 100. So, jetzt kann man einfach einen Gegner aussuchen. Man sucht sie am besten Fall den schwächsten Gegner aus. Und da sieht man auch schon, seine Statistik ist nicht so optimal. So, bestätigen. Oh, nein, 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 nein. So, ich mache immer Probleme bekommen mit der Musik. Ich glaube, ich da einfach zu sehr drüber labert, dass man das nicht hört. Das wäre voll nice. So, los geht's. Okay, okay, okay. Los geht's, würde ich mal sagen. Sind über Tag Team Matches, darf man nicht vergessen. Manche meinten, seit dem Update sind die voll OP geworden, die Online Matches. Bisher habe ich das noch nicht erlebt. Mal sehen. Zack, also es ist nicht wirklich online. Man spielt natürlich wirklich weiter gegen CPU, weil Teams sind halt von der, von echten Spielern irgendwo in der Welt aufgesetzt worden. So. So, den da blauen kriegen wir hier nichts zusammen. Dann machen wir doch mal Europa. Das ist so, dass wir, wenn wir Glück haben, hier die blaue Kombo wählen können. Denn halt nicht. Alter, über dreimal nicht. Über dreimal nicht. Wie viel auch sagt nur ich rauskommen? 300. Klingeln. Nice. Und hier haben wir noch. Aber wir haben willkommen. Nice. 189 zieht das eigentlich schon ab. Das ist ja mal richtig gut. Das ist ja mal richtig gut. Ne, achso, insgesamt, würde ich schon sagen. Machen wir die gelben voll. So. Okay, okay, okay. Zack. Spy and Bastard. Was machen wir daraus? Wir machen daraus eine grüne Kombo. Macht zwar wenig Sinn, deswegen markt ihr doch nicht. Oder? Wie viel bringt die? 31. Der markt über die blauen. Dann können wir hier als nächstes die rote Kombo wählen. Erst dann bekommen wir Sina als Gegner. Ich bin sehr gespannt, wie die T-Shirts sind. Das weiß ich nämlich selber gerade nicht. Ähm. Was machen wir da? Ich weiß nicht, ob wir jetzt grün nehmen oder was. Scheiße. Blau kriegen wir auch nice. Dann können wir hier den Lootchess einmal mitnehmen. Weil umso mehr, hier bekommt man statt Items, bekommt man mehr Punkte, wenn man die Boxen einnimmt. Okay, okay, okay. Jetzt reicht aber langsam hier, ne? Jetzt reicht aber langsam hier. Kollege Sina. Tippt. So. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Guck mal, machen wir direkt hier auch die Lootboxen voll. Und pinnen. Never ever kommt's. Okay, doch. So, wir machen mal einen Tag. Das war eher unschlau, aber ein bisschen einen guten Rains ausrunden lassen, obwohl das eigentlich nicht Sinn und Zweck ist, weil das macht mehr Sinn. Würdest du nur einen gerade so gewinnen lassen und den anderen gar nicht anschlagen lassen, weil dann verbrauchst du nur einen Medi-Pack. So, dafür können wir hier gleich unsere Sinn-Jazz alle ausführen. Das hätten wir gebraucht, Freundchen. Okay, ich bin ein Bastard. Geh durch. Wollen wir noch, kriegen wir noch Geld eben zusammen. Prüfen auch nochmal eine Runde. Und am besten hätte ich... Ich hätte nämlich... Oh, ja. Aber Agent Adjustment, oder was? Kommen wir da raus? Das wäre voll nice. Ja, das sollte machbar sein. Und nimm den da. Was haben wir denn da? Blau wird mir angeboten. Das geht niemals gut. Und grün. Reicht. Okay, aber gerade so. Ja, Taschentuch, Franz. Ich hole mir gleich welche. Ist ja auch ein Spendenziel, ne? Sind die Leute in der Aufnahme aber nicht. So, Kollege. Aber man stiehlt. Gesundheit. Deswegen bekommt man gleichzeitig auch welche. So, eine Runde müssen wir nur aushalten. Toll, wenn das geht. Woran hat er mich denn erkältet? Keine Ahnung. Äh. Gut. Boah, ich dachte gerade schon. So, ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, wir taggen jetzt. Wir taggen jetzt. Freundchen, dein Ende ist... Nicht gekommen? Hier haben wir nichts. Hier machen wir die Viererreihe voll. Zack. Pam-pau. Die gelben, 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 gelben. Gelben, gelben... Go, kriegen wir nicht. Immer blau. Ich dachte doch echt mies. Nochmal neu gemischt. Damit kann ich leben. und schwarzen voll dauer nicht voll schwarz ist voll und wir haben glaube ich down and out gerade so hingekriegt na ein glück na ein glück so unser erstes online match erfolgreich bewältigt und wir bekommen zwei sternis so ein paar erfahrungspunkte gehört und wie viel bekommen wir denn fehlt sich nur die haben drunter gesetzt man die haben den online modus wirklich schwer gemacht schade 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 kommt man nicht mehr so einfach an anführungszeichen an die neuen sagen warte mal warum wird denn jetzt auf einmal schnell geht schon das schon wir haben 40 von 100 schon erreicht wieso haben wir überhaupt 100 sind nicht im 200 abstand ok ab dem ja okay ja ein match machen wir noch eben was hat nicht gerne ich habe nur noch den der muss auskommen nehmen nur ein wenig back der muss auch ohne uns auskommen das sind glaube ich die gleichen wie gerade deswegen mit denen oder der gleiche wie gerade keine ahnung nehmen wir einfach noch mal macht man in den meisten fällen so dass sie halt den einfachsten aus warum man will ja mit man will man will ja mit möglichst wenig schaden am ende aus dem match der vorgesellschaft noch möglichst kein medipack nutzt so auf geht's schwarz okay ich habe gleich die vierte kombo wählen haben wir auch gleich so zack perfekt noch eine kombo nice so dann können wir hier nach die grüne machen die oder wir machen wir nehmen die hier und haben okay perfekt doch nicht falsch gedacht in meinem kopf ach man da wir können auch das doch so also 31 zu also ist total egal vielleicht kriegen wir hier eine schöne kombo den neuen belohnung sacken ab zum glück die alten komplett genuss sache sache ab das ist ja echt mies so was wir freuen hier hier bis auf zwei wasser schwarz kriegen so was mich die 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 so hier freundlich oder blau explosion oder blaue explodieren habe ich gehört welche an die ww Rolleray strikes with such force that a 3x3 area around the effect... Ah! Okay, nice. Aber wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Gar nicht. Okay, die Fehler kommen, wir kriegen wir noch, ne? Die, wir gehen noch hin. Danke. Och, doch nicht danke. Du bist ein Arschloch, das bist du. So, zack. Zack. Geschafft. Ähm. Bin ein bisschen überfragt gerade. Ich will nicht blau nehmen. Ich muss anscheinend. Ich weiß, ich übersehe wieder so viel. Oh, that's my style. Weil der hat noch nicht mal getaggt. Doch, der hat getaggt. Ich hab wieder nicht mitbekommen, ne? Irgendwann nicht. Und hier kommen wir immer noch nicht hin. Wir nehmen nochmal die schwarzen. So. Warum lächelt denn jetzt schon wieder der Emulator hier? Was soll das hier? Wo soll ich mir einen neuen PC gekauft? Nur für WM-Champions, Manns. Okay. Hier können wir gleich. Hier machen wir gleich das 3x3 Feld kaputt. Wenn er das nicht ausnutzt. Das wäre voll nice, wenn ich das... Oh, du bist doch... Ein Arschloch, ne? Der Emulator, der schwimmt, spielt ein bisschen rum. Aber kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin. Äh, so. Doppelt. Kollege. Zack. Kannst du noch was von lernen. So, 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 so. Rot kriegen wir noch hier hin. Wie gesagt, ich werde nicht taggen. Oder ich versuche erstmal ohne taggen auszukommen. Das wird mir aber zum Verhängnis werden. Hm, hier kommt. Easy going. So, ich bin so cool. Ich mache sogar noch die Lootboxen voll. Und hoff'n, dass wir dann noch gewinnen irgendwie. Wenn nicht, kann ich auch mal so halb cheaten. Ach, ne, geht beim Online-Modus nicht. Ich erinnere mich. Äh, Cash nutzen, um sie zu erzwingen, so halb. Geht hier leider nicht im Online-Modus. So. Oh, Mann, 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 Mann. Ich kann Rot nehmen. Dann nehme ich Rot. Dann habe ich gleich meinen Finisher voll. Das wäre voll nice. Oh, der haut jetzt alle seine Special Moves raus. Och, nö. Übertreibt doch nicht. So, Rot. Krieg gar nicht. Ach, scheiße. So, doch. Krieg voll. Beim nächsten Mal bist du weg. Obwohl der Finisher reicht. Ja, der muss reichen. Ich muss bloß die Runde überleben. Dann habe ich gewonnen. Oh, ein Glück. Aber? Moment. Ja, ein Glück. Ein Glück. Oh, ein Glück. Und sogar noch 15 Lootboxen. Styler. So. Wie viel bekommen wir? Oh, wir haben unseren ersten Meistern erreicht. Ein Midi-Pack. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 65 Erklarer. Das anscheinend ist, wenn man es kriegen kann. Das war damals fast das Minimum, ey. Die haben das echt geändert. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Ich merke schon, das ist in der Aufnahme schon wieder komisch. Also egal. Wir sind auch schon wieder fertig mit der heutigen Folge. Wir sehen uns dann morgen 16 Uhr wieder. Nicht vergessen, einen Daumen hochzugeben. Erblock auszuschalten. Euer Franz. Euer Franz. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.